Ich würde sagen, wir gucken mal, was draus wird, ne? Ach. 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 Ich mach mal wieder. Okay, was wollen wir nicht haben? Meine Freunde. Ach. 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 funktioniert. Also, dann kannst du auch das gleich wieder banden, was wir hier wieder spielen. Was haben wir denn gebannt? Hallo? Ist doch alle da? Ähm, ja. Was sind tauren? Ja, genau. Oh man, Rick, es gibt nur 10 Sekunden für einen Hero. 5 Sekunden, Morty. Es wird alles gut. Okay. Was fliegt noch aus? Ich glaube, Faceless Ward hat irgendjemand gekippt. Sollte ich dir aber jetzt beim Picken und so maximale Zeit lassen, ähm, weil wenn da Leute AFK sind, ist gerade, ist das schlecht. Ich dachte, das wären alle da. Ja, irgendwie, zwei Leute sagen. Ja, irgendwie, zwei Sekunden. Ja, fünf Sekunden left, jetzt. Oh, was du wissen? Es ist reserviert. Ja. Ja. Ja, irgendwie, zwei Sekunden. Ja, irgendwie, zwei Sekunden. Ja. 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 Ist der eine von denen immer noch disconnected? Ja, zwei Leute sind Disco-Beiräne. Gelb und Grün. Okay. Das picke ich dann als erstes. Ich picke am besten mal einen Support. Nein, picke den Ding. Weaver. Den Weaver nochmal? Aye, du nochmal Weaver. Wunderbar. Aber wie gesagt, lasst dir ein bisschen Zeit. Du hast gerade acht Sekunden vor Ding gepickt. Oh, er ist jetzt gerade. Ja, das ist noch etwas ungewohnt. Oh, da ist Drow richtig gut dagegen. Ja gut, aber wollen wir Drow wirklich so early picken? Nö, nö. Nö, nö. Ein Spritpreker. Gut. Gut, gut, gut. Was machen wir nun? Wer möchte? Ich dachte mir, es ist eigentlich schon fast geil, um ihn zu picken. Ja. Ja, pick Bane und Puntesack. Also wir haben einen Vorschlag Bane und Shaker von Aye. Nö, nicht Shaker. Bringt doch nichts zu entgegen. Dann nochmal einen Bane. Omni. Also entweder Omni oder Bane würde ich da picken. Nehmen wir nochmal Bane. Eins, zwei. Hört ihr mich? Jo. Ich weiß nicht, warum mein Mic an der Hund ausgeht. Demoliert. Also ich würde jetzt an deren Stelle endlich für Joe picken, äh, Ben. Was würdest du? Ich würde jetzt an deren Stelle für Joe bennen. Ich weiß nicht, hätten wir vielleicht für ihn gelten sollen. So müssen wir Joe kriegen. Gut, die wissen ja nicht, dass wir im Zwangsläufe so Drow spielen wollen. Your turn to Bane, hello. Tee, Omni-Bane. Omni-Bane? Ja. Also die haben Omni gebannt. Achso. Ja, was wollen wir denn Bane? Zum Alon-Bannen. Nö, 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 nö. Nö, der war eigentlich gar nicht so stark eben. Silencer wurde vorgeschlagen. Ja, Silencer finde ich kein dummer. Ich weiß nicht, wenn wir Joe kriegen, würde ich Silencer nicht bannen. Ja, das wissen wir ja nicht, ob wir ihn kriegen. Das können doch mal Bane. Ich würde jetzt erstmal was anderes bannen. Slug, PA, Spectre, sowas in ihrer Stimmung. So, PA würde ich bannen. Oder? Oder, nee, Slug ist eklig, dann mach Slug weg. Slug. Slug weg. Gut. Das sind übrigens wieder alle da bei denen. Ich hab's gar nicht schon Zeit gelassen, naja. So, Loco der Franzosen. Was fliegt noch aus? Alles PA wegmachen. Ja. Oder irgendwas mit... Oder vielleicht PL, irgendwas... Bei Bane ist halt nicht schlecht gegen PA. LC hatten wir die vorhin nicht gebannt. Weiß nicht. LC ist nicht so toll. Fenton Lancer würde ich vielleicht bannen. Ja, PL ist ziemlich ärgerlich gegen Jain und mit PL, Ben. Ja, Fenton Lancer. Jetzt würde ich gleich den Joe picken an deiner Stelle, wenn die den nicht picken. Jo. Hatte ich definitiv vor, ja. Ich weiß nicht, im Klo habe ich schon, wie kein Problem wird, wenn die den nicht picken. Jo, lass den Klo picken. Und Vokern. In Vokern? Ja. Also wir erstmal warten auf deren Picker. Das sieht ganz gut aus. Wollen wir wieder jemanden in den Woods oder einen Offline-Support? Oh man, Rick, there's only 10 Sekunden left, like a hero! Der Axe ist nicht besonders gut. Also ich fand Axe gerade richtig gut. Okay. Well, what do you know, it's reserve time. I guess. Okay. You did good, by the way. Meh, I didn't know what I'm doing, so. You played very well. I played him first time. So, what would you think, what would you like, better than Axe? Nah, I think Axe is fine. Can we talk in English? Nah, it's okay. It's okay. You can just call, if you need something in the game, but it's okay, if you talk. Chut. So, das heißt, äh... I'm an Invoker. An Invoker, yeah. Ja, was ist das für ein Team, was die da picken, was ist das für eine Grütze? Ah, das ist... Das ist Baguette. Baguette, man. Die Baguette-Kombo. Baguette-Kombo. Der eine schmiert Kräuter drauf. Der nächste ein paar Leichenteile, so verrottetes Fleisch. Der andere macht dann ein paar Essiggurken drauf, derzeit. Jetzt macht der Spirit. Also Baguette ist mir eigentlich das Team, für den macht das überhaupt nicht Sinn. Ich? Ich? Also hängt davon ab, was die Zeit ist. Wir müssen das picken, aber im Moment sehe ich da jetzt nichts so Atembehaubens. Oh, ist nicht schlecht. Was bannen wir denn noch? Also Storm oder Ember finde ich gerade. Unangenehm. Jo, Ember Spirit würde ich bannen. Ich glaube, Ember mehr als Storm, ne? Hmm, ich weiß nicht genau. Ja, Ember ist der E-Krieger, glaube ich. Ich glaube, er sollte, glaube ich, auch keine Probleme mit Bottom haben. Oh Mann, Rick, es gibt nur 10 Sekunden, um einen Hero zu finden. 5 Sekunden, Morty. Es wird alles gut. Ich würde Linken schnell machen. Ja, ich würde auch ziemlich schnell Linken-Sweer bauen. Do you have some Tangos for me? Ich kann dir welche geben. Thanks. Very well. You should... Miss possível, dann... You should be here. Ich wünsche dem Handgegner nicht viel Klinkt, ne, ich schaue es. Ich würde nicht schillen Counter Helix bevor du wissen, dass du jungling bist Wenn sie jetzt kommen, würde ich lieber deinen Weg haben Ja, genau Das ist zu dünn Wird sich was eigentlich auf dem Drone in Agha-Nimas zu bauen? Ich hab's noch nie probiert Ach, Agha nimmst du später ganz geil gegen Wave Clear Was ändert das am Ultimate? Ah fuck Du kannst mehrere Leute gleichzeitig angreifen Und wenn du das dann mit Mehlstrom zusammen machst Dann hast du halt mega Wave Clear Okay Ich glaube das macht ein Tide, ist der behindert Ja der ist glaube ich Disconnected oder auf Traut auf die Mudi Ah leck Leckst du aber Da guck mal her, ist ein Russe Alter Junge 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 Weißt du wo seine Sentry ist, Weaver? Hast du gemerkt wo er seine Sentry hingelegt hat? Achso Ich denke nie dran, dass du nicht im TS bist Ja er ist schon im TS, aber er hat ja Chatman und kann nur schreiben Er hat keinen Mic Ja aber ganz ehrlich, das finde ich auch lächerlich Dass man immer in so ein Dingsspielchen nicht schreiben kann Also ein Public Match okay, aber das ist ziemlich lächerlich Naja, was solls Wir gewinnen ja alles Seid froh Ich würde versuchen hier Axt und dann Und dann Gank dann wenn du ein Problem hast Okay Ja perfekt, richtig? Okay Ja perfekt, richtig? Ja Ne Zu ein paar Ich weiß nicht wie lange der Pannere braucht Wir brauchen bald ein Kuriosum Axt Äh nein Wir brauchen bald ein Kuriosum Axt Nein, nein ich bin gut Ja, da hat er noch keine Sentry geplaced, äh, Ei. Okay, gut. Sobald ich ein bisschen Geld übrig habe, kaufe ich eine Sentry und droppe sie in der Base. Das ist nur, äh, dass du was zum Dewarden hast, Notfalls. Ich würde mein, ich würde mein Gast schnell, schnell, I, I would, ah ne, ich würde, ich würde mein Gast als erstes leveln gegen Spellbreaker. Naja, es hat ja keinen Sinn gemacht, dass denn der hier schon auf der Lane war. Ja klar, ne, ich mein jetzt, äh, bevor, vor, vor Frost Arrow würde ich, würde ich Gast, würde ich Gast leveln. Ja, ja, schon. Ich mein nur 3, 2, 1, 1, 4, 1. Und irgendwie versucht, könnt ihr euch absprechen, dass, dass hier Gast und, äh, und Nightmare nicht, nicht, äh... Ja, ja, das klappt, ja. Das funktioniert. Top. Ach komm, kein Bock mehr zu warten. Jetzt seid doch nicht so... Ja, ihr habt schon recht, die, oh, ich kann ja mal ganz nah haben, die Deppen da so warten. Das hab ich auch noch nicht gesehen. Also, ich geh mal ganz schön pissen, wenn die hier so rumspacken. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Junge, diese dicklads. Ja. 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 Jax! Na? Wie läuft die denn? Ja, los. Könnt' besser sein, aber... Jetzt beide kontrolliert, ey. Ja, ich kann es einfach, dann holen wir uns den jetzt gleich. Das schafft er niemals beide zu managen. Vielleicht ist irgend so ein chinesisches Makro-Wunderkind, ey. LOL! LOL! Alter! Nein, das gibt's nicht. Wenn jetzt pausen die wieder... Da ist er wieder. Dass der auf einmal so viel Damage gemacht hat. Junge, der hat mich fast von der halben HP runter gehittet, auf einmal. Was war das für eine Scheiße? Bertrand ist das für Sie. Sehr gut und dann. Dann in der Halbapjord. Ja! Dann in der Halbapjord. Wenn du das nicht immer gut ist, dann in der Halbapjord sind. Glocken Sie in der Halbapjord, werden als wir nur noch malen. Das gibt's dann. Nein, nicht in den Turm angreifen, naa! Es gibt's net. Es ist ein Wichser. Kannst du ein bisschen Reck-Zeugs holen? Ziemlich... Ich hab absolut kein Geld. Ich geh kurz zurück und brauche mich wieder vorher. Okay, das ist schlecht, weil da muss ich auch zurücklaufen. Das war scheiße, Mann. Ja, ich hab's gesehen, der hat sich angetautscht, ne? Ich hab mich verwundert, warum der so aggressiv war. Ich hab nicht ans Buildbreaker gedacht, dass der reinkommt. Oh, fuck. Hm? Der Weaver. Vier Leute oben. Ja, jetzt würd ich vielleicht mal oben Aktion in der Wand stellen. Gegen Spirit Breaker ist das net verkehrt wie Null. Ich sag, ich hab absolut kein Geld. Warte, im Kurier ist das nicht wahr. Oder auch nett, ich hab's nicht mitgenommen. Ja, ich kauf gleich eine. Ich hab eine, mit nur zwei, ich könnt's dir geben. Ja. Na, fuck. Hilfe, bitte. Ich hab gerade zu Peter. Ja, ich komm. Ja, wir haben alle keinen. Ah, passt. Wir sind hier in Ward-Bandy vielleicht irgendwo. Ein bisschen tiefer. Wir haben das noch nicht. Wir müssen hier in Ward vragen machen. Wir müssen zu oxen und haben das noch ein paar Lenken von anderen zu bleiben. Ich bin da, wie ich eigentlich zu sehen. Ich bin da, wie es in Hicke erlebt. Warte, ich bin da nochmal ein paar Hicke. Ich wollte noch eine Ult hier, sonst hätte ich den anderen auch noch geslapen können. Der Ding ist immer noch weg, der Spirit Breaker ist schon. Ja, der war in der Mitte. Coming bot. Wir haben uns ja schon ein paar Bots gekauft. Oh, da sind wir hier. Was ist das? Uh, das ist Dolce, ich bin 11. Wie soll es denn sein? Wie soll es denn sein? Die Barsch? Wie soll ich denn sein? Ich bin ja resell. Ich habe kein Mana, jetzt hatte ich natürlich Level ab, ich hatte absolut kein Mana, habe ich alles für den Nightmare benutzt. Ich wollte ihm halt die andere Seite, dass du ein bisschen abgewischen hast. Oh fuck my life, oh fuck my life, hallo. X, X. Okay, er ist gut. X, 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 X. X, 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 X. Das verrecke ich halt schon wieder Was hat denn der eigentlich für eine Range mit seiner Scheiße? Drei Millionen Meter oder was? Achtung, oben ist der Ding Er tobt, du sollst schnell in der Mitte sein Wenn ich alleine bin, dann rapen die mich Mir hat gerade 20 für mein Dragonlance gefehlt Das fehlt mir wieder 300 Ja, ich wollte ihm halt ein Wort setzen Aber ich komm, bleib unten Ja, der Tidehander ist halt sogar schon höher wie ich Geil Boah, man hat schon nicht mich lieb Weil ich den TP nicht gesehen hab Nee, das ist so lecker Ja Alter, das ist ne Scheiße Ganz ruhig Noch ist nix vorbei Naja, dafür das Diana weniger waren Mal kommen, das ist ziemlich scheiße Ja Alles Lass Ich werde ich nicht sieh Tisch Das war's für heute. Ja, ich hab's gerade schon gedacht. Lauf! Nice! Achtung, nicht reinlaufen! Der Platz ist doch noch da! Der hat ja schon Blademail. Ja, ja, der hat schon ein anderes. Der hat ja schon taue, wen die uns anhegen, wir können nicht was kotzen. Komm! Fuck, okay. Ja, natürlich, ey, natürlich. Oh, natürlich, ey, natürlich. Oh, ey, so nett. Okay. Oh, jeez, middle tower's under attack. Radiant just fortified their structures. You're not talking about. Oh, jeez, your top tower's under attack. Irgendwie trau' ich dem hier und nicht. So, ich... alles miss. Ja, da sind sie schon. Ja. Mal wie ob die ist. Guck, ich mich nicht nur hin für uns. Sind sie dritt hier unten? Ja, geh mal da weg, geh mal da weg, wir pushen aus der Mitte. Kommen die da ins Zentry? Äh, keine Ahnung, ich glaube nicht. Geh weg. Tobi, geh da weg, wir pushen mit der. Lass den in den Tower. Wenn die meinen, die müssen hier wieder das Train spielen, dann, äh, gut, dann pushen wir einfach mal irgendwo an dich. Du bist getargett. Du bist getargett. Du musst sie fortifieren, ihre Strukturen. Gute Arbeit. Hey, Sean. Hey, Morty, guess what's not there? Die bottom tower! Schön. Ah, schade. Wenn man irgendwie getaunt ist hinten. Er hat keinen Charge, der kommt nicht weg. Schön. Ah, wieso läuft der? Ah, Junge, was macht mein Hero eigentlich für eine Scheiße? Was macht der Hero für eine Scheiße? Guck mal, was hier ist. Ja, ich hab's gesehen, aber bevor ich die umgedreht hab, hätten die mich auch nur noch gefickt, ja. Ja, und jetzt ist auch mein Hero, wenn man hier steht und hier rechtsklick hin macht, nach da läuft, würde mich nicht mehr interessieren. Aber ... ... ... ... haben Wir sind... nice, das ist eine schöne Pause. Alright, dann. The next Romans, die kommen nicht weg. Oh Gott, ich werde weg. I'm going, I'm going. Ich habe leider keine Sentry mehr. Aber ich kann mich anholen. Was haben wir hier? Jumpen? Ich habe keine Ulti. Ich habe keine Ulti. Ich habe keine Ulti. Ich habe eine Ulti. Alter! Oh mein Gott! Kann doch nicht mehr helfen. Boah, ne. Das war echt unlucky, ey. Ah, wegen deinem EMP ist er da ausgekommen. Ja, genau, ja, ich weiß, das stimmt. Und gleich die ersten Bash, ich krieg' nen Hals, ey. Ich krieg' nen Hals. Warte, wie hat die Chasen, Junge? Aber übel. Wenn wir das Game gewinnen, dann machen wir einfach im nächsten Game so... Was ist das für ein Wichser eigentlich, ey? Boah, ey. Eros. Hm, Eros. O. из W. W. J. Ich hab getötet. Guck mal, der Schapser war, ne. Ich hab mich nicht mehr in den Schapserang, ne? Der Schapserang. Die Schapserang. Erspann ich das Spiel da oben? Nein, das sieht nicht so aus. Doch, ist oben. Ist oben bei uns. Das ist dann frischig unten durch. Das ist dann nicht mehr sichtbar. Das Spiel war noch oben. Der Porte drunter? Der Porte war auf jeden Fall weg. Ich Porte hoch, dann ist gleich. Drei Sekunden. So, ich Porte hoch. Alles gibt's da nicht. Nice. Nice Red King Sigma. Schön. Well played, boys. Well played. I have played mail. I have played mail. So, I can go. Nice. Yes weiter weiter Alter, Junge ist ja irgendwie behindert, macht sich die Fücher weg Ich weiß nicht, wir haben keine Heal und sie haben noch Ravage Ich habe noch nicht Ich habe noch nichts Ich habe noch nichts Ich habe noch nicht Ich habe noch eine W-Kannett-Fort in diesem Problem Was ist das solche Wichser? Lauf! Nein! Das ist so ein richtiges Team Tryhard, Junge. Naja, ich hab schon das Grund weg. Ja, aber trotzdem, allein die Heroes sind schon ziemlich Tryhard für sich selbst. Spiritbreaker. Bloodseeker. Oh Mann, was? Get up on out of here, cause Radiant just fortified their Structures. Your top tower just got turned into trash. Scheiße. Oh, so nis, so nis. Die Porte mal runter. Sind die Creeps auf dem Tower? fuck. Das muss ja Uchtstock geworden, verdammt. Fuck. Yes. Okay, middle, middle, middle. Ah, ich glaube, es hat uns richtig geholfen. Mh. Alla, vergleiche. Ne, haut up da. Ja, ich bin eh tot, ich komm da nicht mal weg. Hey Morty, wer war das? Das ist... Ja, aber Platz, ich habe schon 4 zu 2, Junge, Junge. Jetzt sind die rausgegangen. Ja. Ja. Alla! Alter, das ist schnell der Wichser. Ah, das ist nicht mehr drin bei Ruscha. Wir haben einen Shadow Blade, Spirit Breaker Spirit Breaker und Shadow Blade? Ja Ich brauche endlich jetzt mal ein Gold für das scheiß Die scheiß Linkens Ich freue jetzt schon irgendwie seit 10 Minuten drauf Irgendwie fehlt es halt immer in so einem minimalischen Gold Ich bin jetzt schon so bei 7 Hunden direkt wieder Oh Nice So hund ich es gerade wieder? Hm Ich glaube nicht Ich glaube wir sind da drin Wir haben definitiv hier irgendwo Vision Weil der hat gesehen, dass ich reingelutscht bin Ja hier ist Vision, hier ist Vision, der hat mich gerade angechargt Nö Hä? The fuck? Das kann ja sein, der hat mich gerade gechargt, wo ich hier gestanden bin Let's just smoke into Roshan, we need to do something, I think Wevo and me just Let's just try to sneak Roshan Okay Das Wevo and me Das Wevo and me I guess Ah naja, jetzt kann sein, dass die drin ist Da war gerade der Ah Der ist alleine drin? Oh fuck my life Oh Oh das war eine gute Trap da Was hier nicht gut aus Boy more you know that Roshan guy that just got killed by Dire He owed me money Wir sind auf jeden Fall cool, dass wir dich irgendwie geared kriegen Dass du ein paar Edems zusammen kriegst und dann müssen wir dich einfach beschützen Dann passt das Wir haben halt überhaupt kein High Ground, also wenn wir So ein bisschen Sneaky Farmen So ein bisschen Sneaky Farmen Und Platzika fällt gleich auch irgendwann ab Weil wir müssen durchhalten Allei wie sie hier überall watcht, dann haben die Wichser Sehr gut Ich glaube ich bauen Manta das Game Ja die haben definitiv überall Wischen Egal wie viele Worts ich wegmache, das gibt's ja Ich wär hier vorsichtig Ich wär hier vorsichtig, da steht zwar eine Sandry von uns aber Irgendwo da oben muss keine Worts sein, die haben mich vorhin da oben gecharged aber ähm Ja die haben's auch gerade gecleared Das reicht's ja Warum die da bitteschön nen Sentry verdammte Kacke Alter Da oben drauf muss vermutlich einer stehen Oder irgendwo auf der Line War hier ey War hier ey War überhaupt keinen Sinn hier eine Sentry hinzumachen Ich hab nur schlecht Ja das ist Gott zum Ja mal wenn du verlierst weil die Gegner schlecht sind Na gut hätt ich mir auch schenken können da oben zu eiern Mach an, mach an, Schreinern Mach Schreinern, Schrein Ich will draufklicken, ich komm nicht dran Komm nicht dran, Herma's dann Herma's dann Weaver mach Schreinern Ja Weaver hätte auch auf jeden Fall Bevor der Desolator Bout ein Dingbarn müssen Hallo Alter 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 Ah, okay. Alter. Scheiße. Junge, das soll jetzt ja wohl nicht sein. Es gibt's doch nicht. Alter. Ja, das war's. Schade. Alter, selbstverständlich. Wie viel Schaden macht denn der? Und jeder zweite hat einen Bash. Der Bastard sich erstmal noch schnell bei uns item snack. Äh, geht's noch? Ja. 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 Die haben halt einfach CC ohne Ende Das ist richtig krank Ach schade Na gut, ich hab auch nicht gut gespürt Bitte? Ich hab auch nicht gut gespürt, ich hab halt immer, immer wenn ich, ich war zu gierig und dachte ich krieg den